Also bei einer sportmedizinischen Untersuchung macht man internistischen und orthopädischen Check. Das heißt, man checkt erstmal Herz-Kreislauf-System, hört die Lunge ab, macht auf jeden Fall ein Ruhe-EKG, optimalerweise auch ein Belastungs-EKG, gerade wenn man jetzt zum Beispiel in Ausdauersportarten unterwegs wäre. Wenn man jetzt Krafttraining macht, ist das nicht ganz so wichtig, vielleicht. Und man nimmt auf jeden Fall auch Blut ab, also mache ich zumindest immer, weil ich das total wichtig finde, weil zum Beispiel auch gerade bei Frauen so im Ausdauersport, die neigen ja zum Eisenmangel, also dass man zum Beispiel mal einen Eisenstatus macht, inklusive Ferritinwert, dass man die Mineralstoffe checkt und einfach auch mal so ein Organscreening, Leber ist ja wichtig zum Entgiften, ob die Nieren funktionieren, also da wirklich mal kleiner Peaks, große Wirkungen. Bin ich wirklich ein Fan von dieser Blutuntersuchung. Und optimalerweise könnte man dann auch noch eine Leistungsdiagnostik anschließen.